Die rumänischen Landstreitkräfte haben bekannt gegeben, ein Bataillon US-amerikanischer M1-Abrahmskampfpanzer zu beschaffen. Die Nachricht von der geplanten Beschaffung wurde am 3. März in einem Podcast-Interview mit Generalleutnant Theodor Inzika, Leiter der Generaldirektion für Rüstung des rumänischen Verteidigungsministeriums, Publik. Das lokale Medium Defense Romania, das schon früher einen rumänischen M1-Kauf für wahrscheinlich hielt, berichtete, dass die Absicht, die Panzer zu kaufen, bereits der US-Regierung mitgeteilt worden sei. General Inzika erwähnte die M1 in einer Liste geplanter Beschaffungen von militärischer Ausrüstung, die dem rumänischen Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden solle. Er erwähnte auch die beabsichtigte Beschaffung von Panzerhaubitzen, Schützendpanzern, Flugabwehrsystemen mit kurzer und sehr kurzer Reichweite und zwei Raketentypen für Rumäniens F-16-Kampfflugzeuge, wie Defense Romania berichtet. Es wurden keine Einzelheiten über die Kosten gekannt, und die gewünschte M1-Variante wurde nicht erwähnt. General Inzika sagte aber, dass ein Bataillon von M1-Panzern angefordert würde, was etwa 54 Panzern entspräche, und dass die Kampfpanzer mit modernen Systemen ausgestattet würden, wie von den Landstreitkräften gewünscht. Es wird davon ausgegangen, dass die rumänischen Landstreitkräfte auch den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 in Betracht gezogen haben. Auf die Frage in der Sendung, warum der M1-Abrams ausgewählt wurde, antwortete General Inzika Doppelpunkt, weil der Generalstab der Landstreitkräfte der Ansicht ist, dass der Abrams für die Aufgabe der Brigade, die er mit diesem Panzertyp verstärken will, das beste Mittel ist, und sich durch seine Einzigartigkeit bei der Durchführung von Missionen auszeichnet. Die rumänischen Landstreitkräfte verfügen derzeit über 220 Kampfpanzer des Typs T-55 AM, 103 TR-85 und 54 TR-85 M1, wie aus der Militärbilanz 2023 des Internationalen Instituts für Strategische Studien hervorgeht. Die TR-85 sind eine rumänische Weiterentwicklung des sowjetischen T-55. Bei den TR-85 M1-Panzern handelt es sich um diejenigen, die mit einem rumänischen Aggregat auf der Grundlage eines deutschen V8-Dieselmotors mit 830 PS auf NATO-Standard gebracht wurden. Während rumänische Beschaffungsprogramme oft nur sehr langsam vorankommen, könnte der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 die Verstärkung der gepanzerten Verbände der rumänischen Landstreitkräfte etwas beschleunigen.